So, hi Leute, willkommen zurück zum Angriff. Dein Angriff ist die beste Verteilung. Oh, mehr von mir. Warum? Hämmer. Oh, da kommt noch ein großer. Apropos, apropos, großer. Erstmal, wie wild auf heilen, Hämmer. Jungen. Abschloch. Bäm. So. Die Misser, wie ich mich da hochpushen muss von der Heilung her. Ich glaube, ich werde es dann nochmal in der Trainingsrunde einlegen müssen. Wenn ich das hier so sehe. Ja, wir werden sehen. Versuchen wir mal, ob wir sie outskillen können. Der Badass, das ist der coolste Gangster in der Hood. Ihr wisst ja, wer ist die der coolste? Ja, ich weiß ganz genau, was ich jetzt gesagt habe. Ihr habt recht. Hey, Digga. Nicht mit mir. Yay. Yay. Level up. Okay. Komm, Verteidigung. Oder Gesundheit. Nein, Verteidigung. Verteidigung ist besser. Viel Gesundheit hilft mir auch nicht weiter, wenn die Gegner nicht kaputt hat. Habe ich den jetzt vergeben? Oh, oh, apropos vergeben. Ich habe ein bisschen Heilzeug eingekauft. Ich weiß nicht. Habe ich das aufgenommen? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ich habe Heilzeug eingekauft. Gut, dass ich ein paar Steildäfte kaputt habe. Die Gegner sind gemein. Und hier bin ich ja verdammten heißen Kakao. Was soll ich mit Kakao? Irgendwas, was tötet, metzelt, Schaden macht. Oh. Mithraren, wir können nicht mehr weiter gehen. Die Enemischen Kapitel sind viel zu körperlich. Ihr müsst einen Weg finden, um ihre Flächen zu finden, damit ihr sie zuerst. Das will ich sehen. Aber die Juden rennen halt auch alle weiter. Ihr seid voll gut. Yay. Ich bin Uthusser. So. Geburtstagskuchen. Yay. So. Ähm. Ja. Das ist alles ganz schön teuer, was du da verkaufst, mein Volk. Moment. Habe ich irgendwas gefunden, was du noch nicht hast? Sieht nicht so aus, he? Nee. Okay. Ich brauche davon was. Es gibt eh noch einen, was der... Das ist so teuer. So, schauen wir mal. Ähm. Ähm. So. Ich habe acht davon. Dann fehlen mir eigentlich noch. Das könnte ich mir bauen. Hm. Hm. Das Ding erhöht es hat besser. Aber diese komischen Marken habe ich noch nicht gefunden. Komm, wir bauen. Nein, wir bauen das Ding nicht. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich habe keine Lust, das zu bauen. Ich will lieber das hier. Das können wir auch leisten. Yes. So. So. Sehr gut. Zack. Ja. Gegner. Ja, das ist immer so eine Sache. Das gute Geld, ne? Halt. Jetzt mal irgendein. Ja. Ihr wollt... Ihr seid Trollsäulen. Ja. Zwei, drei Schlüssel. Boah. Puh. Oh. Nein, nein, nein. Da war noch was. Die Kiste habe ich genau gesehen. Rechts, links, links. Unten. Hier gibt es Burger und Geld. Geld ist gut. Piu. Ja, danke. Du Arschloch. Piu. So. Aber jetzt... Die schießen uns immer noch. Hier gibt es Lampen. Und sich bei Gegner blocken wenigstens nicht. Und sich bei mir lieber als die hier. Und die da. Ich meine... Hier, schaut euch das an. Der liegt da wohl... Pung. Block. Pung. Block. Die verarschen mich doch nur. Jetzt. Jawohl. Den haben wir schon erwischt. Wenn ich es mal einer... Stirbt. Ihr neulige Hund. Hund auf dem Rücken. Hund. One dog down. One dog down. Oh. Was bist du für ein Riesenviech? Ey. Habe ich genau erwischt. Komm. Versuchst du auch Loser. Ja, jetzt versuchst du es, ne? Du feiger Hund. Ich war noch nicht bereit. So. Jetzt bin ich bereit. Ach, du bist schon tot. Sehr gut. Ich hasse blockende Viecher. Da kann ich meine Button-Mashing-Strategie nicht benutzen. Ich treffe ihn aber. Ja, und er liegt am Boden und blockt. Ich glaube es auch. So. Ja, komm her. Bleib hier, du. So. Mensch. Also die Dinger, die katzen mich an. Äh, ich meine, natürlich. Die freuen mich sehr, dass ich sie kenne. Gib mir unsichtbare Gegner. Komm schon. Sind mir lieber als die anderen hier. Aber wird da oben schon wieder geschossen. So. So. 144er-Kombo. Boah, ich Sprengstoff dafür. Kriege ich bestimmt hier unten. Oder eine Kiste. Link. Äh, links sag ich schon. Ja, ja. Rechts ist das neue Links. Militär-Upgrade für Waffen. Brauche ich diese komischen, diese komischen, äh, hier, sag mal, Hundemarken. Das ist aber auch geil. Wir haben eine Haubitze zerstört. Das reicht es bestimmt. Natürlich. Los, du schießt sie. Jetzt kommt noch eine Bam. Haha. Und er ist, lass mir nicht ein Kombo. Und zieh in die Höhle rein. Ich hab Angst, irgendwie. Ich hab noch mehr Angst. Das sind Unsichtbare. Ich seh sie ganz genau. Haha. Boom, Baby. Da ist noch mehr. Ich weiß schon ganz genau, warum ihr mich gebraucht habt. Ihr seid alle auf Verteidigung geskillt, ha? Deswegen habt ihr die Hobbits noch überlebt. Irgendwas klackert, ha? Joa. Dieser Rückstoß. Das ist pervers. Okay, Level ab. So, jetzt nehmen wir HP. So, kann man das Zeug wieder ranholen. Ach. Hier ist nochmal ne Hobbits. Okay, ich dachte schon, das wäre nur eine. Da komm ich nicht hoch. Okay. Aber das Ding wäre nicht. Kein Problem. Ich werde hier blöde mit ihm. Kette zerbrochen. Dankeschön. Von einem toten Gegner würde ich noch so zugerichtet. Ja, ja. Die sind doof. Ich will mir ein Geheimnis verraten. Du gehst mir... Aus dem Liegen. Ich glaube es nicht. Entschuldigung, ich bin nur da drüber am fluchen. Über die... Also, aber die Viecher sind aber auch. So. Hoch oder runter? Runter. Und dann hoch. So. Die liegen hier. Ö. Ö. Okay. So. Jetzt werden wir wenigstens mal halb geheilt nochmal. So, ich spreche nochmal. Okay, wir sind mit dem Spiel inzwischen zu 100% fertig. Ha ha ha. Jawohl. Unten, oben, links, rechts. Ich habe einen Hochzeitsring gefunden. Einen Hochzeitsring? Ich hab'n Hochzeitsring! Was? Tütlülü Einmal ohne nachzudenken, einfach ausrüsten Das läuft Ok, hier haben wir alles gefunden Sehr gut Hochzeitsring und das Ding ist... Oh mein Gott Lass mich raten Poing! Da oben ist was Kommt da was? Ja Ok Ok Muss ich hier sogar lang? Ihhh Also, kann ich das Ding umgehen? Ich verstehe In der Luft können sie nicht glocken, ist gut In der Luft ist die Welt noch ok Und da wäre ich hier beschossen worden Ja, ist schon gut, dass ich von Haus aus den anderen Weg genommen hab Aber man will ja alles erforschen Hab ich das mal was verpasst Wie zum Beispiel Diese Spacklose hier So Neiiiin! Den hab ich zu spät gesehen Den hab ich zu spät gesehen Kommt die bestimmt gleich an hier Oopalas, den hatten wir noch schon von 100 Metern Entfernung gesehen Ich versuch das mal in der Stresssituation zu sehen Ich versuch das mal in der Stresssituation zu sehen Gern mal, wie viele von den Schweigende Waffen Ah, ok Ich glaub das war alles Hab ich grad ein Achievement bekommen Ok, ähm Hier ist sonst keine Geheimnisse versteckt Oh Wir sind näherlich da, Mithraudan Als wir durch ihre Linie sind General Gaius wird in der Sicht Was immer noch Wo wird der Schritt Nachwuchs Das wurde ein Dorf Das war ein Dorf Vorher Bei euch vom Von 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 Du Arschloch Schiff. Okay, aber da war ich gerade selber schon. Da hab ich gerade selber voll verkackt. So. In honor to fight by your side. And now I will touch your dick. Was? Nein, das hab ich nicht gesagt. Falls ihr das verstanden habt, das hab ich nicht gewesen. Das war bestimmt der Juri. Nee, geht alle kaputt. Los, Fidget. Sommer. Ich hasse dich, du schönes Luftschiff, du. Luftschiffe sind doof. Der ist übrigens auch doof. Da war. Hauht der ab hier. Da links ist er. Macht ihn kaputt. 20 Leute schreddern auf ihn ein und kriegen ihn nicht weg. Was zur Hölle. Erst muss Papa kommen. Ich glaub's dir echt nicht. Ich glaub's dir echt nicht. Haben wir sie. Na also. Geht doch. Sag mal. Wie viel. Wie viele Abschnitte kommen hier eigentlich noch? So. Jetzt will ich einfach mal hier. Karte. Wir haben 88% der Karte entdeckt. Das heißt. 1, 2. Das heißt hier hin wird er wahrscheinlich sein. Das fällt hier noch praktisch. Dann dürfen wir. Das ist ein Bauplan für den Hochzeitsring. Ein Hochzeitsring Bauplan. Jawohl. Das brauche. Uff. Na gut. Aber das sind alles Sachen, die ich vielleicht schon ein bisschen auf Vorrat hab. Da kann ich mir noch einen zweiten bauen. Okay. Wir haben ein Level ab. Tüdelülü. So. Damit unsere Schläge mehr Auer machen. Das nehmen wir mit. Inzwischen habe ich auch da diese. Diese Hundemarken. Wie von Hundemarken war das Wort, was ich gerade gesucht hab. Deswegen hab ich grad überlegt. Ähm. Ja. Wo die Namen von den Saiyaten draufstehen haben. Zum Beispiel Klaus-Tieter. Daraus kann man eine super Rüstung oder Waffe bauen. Wie auch immer man will. Ich hab den Bauplan für den Satan gefunden. Die Animation von den Dingern ist teilweise ziemlich freudig. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Ja. Du kannst mir das Tornado einfach mal so blocken. Ist okay. Das weiß ich bescheuert. Ich brauche ich. Das ihr Kind kann ich auch. Ein bisschen Lähmung ausweichen, ne? Ja. Ich weiß, was Geld ändern. Geld brauchen wir. Wir sind arm. Hab ich eigentlich auch irgendeine Block-Taste? Weiß das jemand? Hab ich in diesem Spiel jemals gelernt zu blocken? Ich glaube nicht, oder? Es gibt nur Angriff, es ist die beste Verteidigung. So. Da unten ist über Lava und Feinde. Lava und Lava-Feinde. Ein Händler. Ich hab das Gefühl, wir sind hier wirklich gleich am Ende. Oh, 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 oh. Ich bin aufgeregt. Ich hab schon einen. Ich will noch einen. Ich will den bauen. Wie viele Kinder? Brauche ich so Füße? Weiß ich nicht. Sag's mir. Halt, ich wollte einen Ehering bauen. Die werden mich verarschen. Nein, das reicht natürlich nicht. So. Da kannst du mich aber auch wieder zurück ins richtige... 52, das heißt, ich brauche 48. 48 Gold. Lecomio. Das kostet so einen Ehering alles. So. Da brauchen wir 40. 4.000 Gold habe ich nicht mehr. Das ist das, was wir können. So. Okay. Seid ihr bereit, Leute? Denn ich bin es. Beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen. Tschüssi Kowski. Und dann geht's wahrscheinlich zum Finale von Dust. Hier ist es so ruhig und friedlich. Und alles ist gut. Das werden wir wahrscheinlich in Kürze zerstören, dieses Idyll. Bis dahin, Leute. Ciao.